Katerstimmung statt Bernhardstimmung, gähnende, leere Zuschauerraum auf der Bühne, ich ganz allein. Nein, 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 wir sind nicht allein, es ist noch der Bernie da. Er symbolisiert die Bernhard-Gemeinde, ist übrigens seiner Zeit voraus, er trägt bereits eine Schutzmaske. Ich selber bin noch auf dem Wissensstand der Virologen vor zwei Wochen stehen geblieben. Die haben ja damals gesagt, Masken seien nicht nötig, einfach weil es keine hatte. Aber in der Zwischenzeit haben jetzt Nationalräte eigenhändig Masken aus China hierher geflogen oder sie hatten sie im eigenen Chemieunternehmen gerade zur Verfügung. Und sobald es dann genug Masken hat, dann ist es dann auch virologisch-medizinisch nötig, dass man sie trägt. Und dann kommt das Obligatorium und der Bernie, ja, du hast alles vorausgesehen, wir wissen. Es hat Zeiten gegeben, da hat man Erdbeben, Katastrophen oder eben auch Seuchen als Strafe des lieben Gottes angeschaut, weil die Menschen in Sünden gelebt haben. Und das haben dann die Menschen nicht so gerne gehört und darum haben sie Sündenböcke gesucht. Und dann haben sie Andersgläubige oder Fremde dafür verantwortlich gemacht und haben diese verfolgt. Das waren Zeiten von den Hexenverbrennungen. Und manchmal, wenn ich Zeitungen lesen, Fernsehen schaue, habe ich fast ein bisschen das Gefühl, so wahnsinnig haben wir uns von diesen Zeiten auch noch nicht entfernt. Philosophen reden davon, wir haben die Sünden gegenüber der Natur begangen. Wir haben zu viel konsumiert, wir haben zu viel gereist, wir sind zu viel geflogen und jetzt rächt sich die Natur. Das Virus, das sei eben auch ein Lebewesen und jetzt ist es dran und jetzt wird es sich verbreitet. In einem Beitrag habe ich zum Beispiel gehört, Viren dringen in unsere Körper ein, sie feiern in uns hinein, hemmungslos fest, vermehren sich und zerstören unsere Körper. Und genau so würden wir Menschen uns gegenüber der Erde benennen. Wir sind Parasiten und jetzt haben wir die Antwort dafür. Da müssen wir sich eigentlich fragen, liebe Gemeinde, sind wir nicht alles Viren? Zurecht, zurecht, zurecht protestiert der Bernie. Viren, die wissen ja gar nicht, was Social Distancing ist und sie wissen auch nicht, was körperlicher Abstand ist. Aber die Bernhard-Gemeinde, die weiss das schon. Wir sind zwar physisch eine versprengte Gemeinde, aber wir sind eine soziale Gemeinde, die weiterlebt. Viele von unseren Gästen, die hier bei mir auf der Bühne waren und mit mir diskutiert haben, die äussern sich jetzt öffentlich zu der Krise. Zum Beispiel Julia Weber, Niklaus Branschen, Franz Hohler, Lukas Bärfuss. Gut, also wir sind ja nicht immer zu 100% mit allem einverstanden, was gesagt wird. Es wäre schön, wenn wir da wieder darüber diskutieren könnten. Aber es gibt dafür wieder andere, die da gestern waren, die gar nichts sagen. Beispielsweise Madame Etoile. Wieso hätte sie Anfangsjahr nicht gesagt, dass das Coronavirus kommt? Sie hätte es ja gewusst, sie ist ja Astrologin. Aber was hätte es genützt, wenn sie es gesagt hätte, wir wären einfach früher traurig gewesen und wir hätten noch früher WC-Papier gekauft. Der Sinn dieser Botschaft ist eigentlich, unsere Gemeinschaft und unseren Durchhaltewillen zu stehlen. weil wir wissen ganz klar, wir werden uns wieder sehen. Ich weiss es aus meinem früheren Beruf. Jeder Tunnel hat auch einen Ausgang. Oder wie es im Bernhard-Evangelium steht, werdet nicht depressiv. Es ist nur ein Zwischentief bis zum nächsten Aperitif.